Abfahrt. Abschuldigung. Halt! Mein Frühstück! Weg! Und ist er noch frisch? Ja, logisch. Mein Frühstück! Wie frisch ist er noch so? Richtig zählige Zeichen. Ist ja unglaublich. Von wem warnt jetzt die Tüte? Das war meine. Mein Apfel. Sie kennen die Tüte schon. Hast du gesehen, wie er richtig gesucht hat? Ja. 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 Ja.